hallo leute mein name ist sozialen stock und wow mal zur abwästigung an der pc ist schneller bemerkt als der das handy und ja willkommen zur letzten richtigen sg4 reaktion dieses jahrs zumindest wenn man den advent kalender weglässt und die correlation die danach kommt wir gehen auf das christmas special dieses jahr und melody und maggie sind dabei und kriegen wir endlich informationen über den maggie auftritt des trailers nach dem mensch meiner beendet ist mal schauen los geht's ja erst mal wieder werbung machen und warum habt ihr im prinzessin kleid er die erste ende allerdings mal wieder mit einem offenen ende und es gibt so viele möglichkeiten das jetzt vorzusetzen ja der märzschau an der rutschsack ist richtig cool das ist wirklich was für fans ja jetzt kommt hier in die nachricht das ist wirklich was was man wirklich gebrauchen kann so ein kleiner measure an der backpack ja okay da hast du dein meme du bist zu tollpatschig kein tod diesmal okay was macht die penguin mama da da hat sie eine zuckerstange im mund was 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 nein märme oh nein oh mein gott das no 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 da kann ich mehr als verstehen dieses jahr ist es crazy die vom letzten jahr besser der baum brennt na toll fischi musst du auch so anime süchtig sein dass sie in sondorf hat ist klar es ist starren schuld dass sie des die verloren hat das ist das komischste meiner diskussion die ich jeweils in meinem leben gesehen aber wenn du die schläft mal nicht sie ist am pc aber so nach betten okay die gehen gemeinsam shoppen das ist kein bett melanie das ist auch kein bett das ist auch kein bett und das schon gar nicht ja da habe ich sehr will doch nur ein bett besorgen die weiß nicht was ein bett ist äh na gut das passt zu ihr so okay ein verstanden dabei würde exe hier doch noch was gutes hat ein bisschen geklappt um da da ist mit er um an dieser begleiten nicht wird das final der woche und weihnachten aber ja keine gute idee keine gute idee Bro, why would you waste your time with that loser? Oh. Oh, vaya. Ehh, yeah. Bro, PS5s are sold out everywhere. Ja, es ist hier fällt sofort auf. Das ist Bob. OI! Oh, ho, 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 ho. My balls. You will get it for Christmas. Woohoo! Ho, 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 ho. Cent is gonna go make sure his snowballs don't get cut off. See ya, kids. Our girls got what they wanted. Ho, 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 ho. Ja, die sind inzwischen Freundinnen geworden. Psycho. Okay, sie haben einen Schnellmann gemacht. Und Wimpo auch. Seriously? Was zum... Held sofort Frostbälle aus Overwatch. Oh, die hatte Besucher. Tipos? Hattest du nicht noch da ein Dilemma? Was so... Nee, Waluigi-Launcher. Ich hab erst kurz gesagt, dass der Waluigi-Launcher sehr vermisst ist. Komisch. Schon wieder so eine Sache, die ich angesagt habe. Ach, du Schande. Steve befreit ihn zwischen Wimpo. Was hat Wimpo vor? Äh, was? Warte! Wimpo, du solltest vorsichtig sein. Aber es zeigt zumindest so langsam, dass... inzwischen ein bisschen Beziehung sich zwischen den Shipping-Sachen aufbaut. Aber er weiß, wie schnell die wieder zerstört werden können. Oh, Chub-Chub! Oh, Chub-Chub! Chub-Chub-Chub! Sorry, kid. The post office is closed for the day. You should have come sooner. Kama Chub-Chub! Slam! Now you're making kids fly on Christmas. Not the first time all. Schießt das Ding mit einer Besucke auf, wollte ich grad sagen. Allerdings nicht mit einer Mönchung. Das ist nicht so, dass es nur ein Verrückung ist, dass es nur ein Verrückung ist. Es gibt keine Verrückung. Was ist das? Oof. Der arme Santa. Okay, Mario und Luigi. Fahren? Mario kann doch gar nicht fahren. Ich bin gar nicht auf vereisten Straßen. Ihr seid doch, der kann gar nicht fahren. Tschüssi. Was macht ihr Kind im Haarschlüssel hier? Und schon wieder ist Autoschrott. Er ist ja nicht das Erste. Und immer dasselbe Modell muss er sich besorgen. Ist wohl das günstigste. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hier geht's. Nice job. Oh nein. Wir haben noch einmal geworfen. Die Rob und Schub schnauern auch noch vorbei. Oh. Ja, sie sind gleichzeitig da. Oh! Na gut, man kann es gebrauchen. Zeit für das Abschiedsfoto. Da muss die an allem was passieren. SMG-Free natürlich. Und nochmal. In zweiter Ausführung, vorwörtlich. Cooler Auftritt von SMG-Free am Jahresende. Wow, ist das ein schönes Artwork von Melody. Ist auch cool, dass SMG-Free nochmal zum Jahresende, weil er eben in diesem Jahr eine Riesenrolle gespielt hat, nochmal einen kleinen Auftritt in Thema Storytime bekommen hat. Und am Ende nochmal die Nuggets nochmal auftreten dürfen. Ja, eine richtig interessante Animation. Hauptsächlich leider schlecht erzählt, aber na gut, es kam aus SMG-Free's Mund. Da ist alles hauptsächlich Müll. Also, tja. Und von allem, wie konnte er von Melody wissen, er ist vor Melodies Verwandlung dort gelandet. Naja. Naja. Lassen wir das mal aus den Augen. Damit bedanken wir für's Zusehen, bleibt sozial, lasst Nauda und... Bye! Achja, und nochmal zum Hinweis, heute ist der SMG-For-Advance-Kalender ausgefallen. Für alle, die sich wundern. Der kommt dann morgen.